Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8, dem Spiel mit Altersraten. Mit dabei ist Lili Oriana LP am Steuerknüppel, am Lenkrad jetzt. Und ich habe ein bisschen Angst. Ja, das wird lustig. Altersraten, weil ihr dürft selbst raten, wie alt Quist es ist. Das könnt ihr ja mal in den Kommentaren raten, die werden es nämlich nicht verraten. Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Also was ihr dazu ratet, weil ich weiß es jetzt, ich weiß es. Aber ich werde es auch nicht verraten. Kann ich hier durch den Bus fahren? Kannst schon, ob du möchtest, ist eine andere Sache. Das geht gar nicht, glaube ich. Guck mal, der prallt ab. Okay, geht nicht. Kann ich mich ertrinken? Nein. Geht auch nicht, schade. Naja, man muss ja alles mal ein bisschen rumprobieren. Ja, ist nicht Monkey Island. Kann ich von den Klippen stürzen? Nein, auch nicht. Nein. Okay, jetzt lasse ich es aber. Wir wollen ja nochmal irgendwann ankommen. Mein Fahrstil ist sowieso schon wieder gewöhnungsbedürftig. Guck mal hier, ich kann hier in die dicke Stadt reinfahren. Äh, in die kleine Stadt. Das Auto sieht dick aus, so rum. Gäste. Sehr cool. Eine schöne Stadt. So ein kleines Dörfchen, muss man eher sagen. Ja, das stimmt. Am Hafen. Oh, wie schön. Völlig schön mit den Wolkenhänden. Ja. Da ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwa Schiss? Ach so, das musste wieder von ihm kommen. Ihr seid die Letzten. Steigt ein. Tempo. Ach, ich erinnere mich. Es geht ja überhaupt nicht an, wo ich dachte, wo es hingeht. Nein, täuscht mich nicht. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Oh nein. Ich werd's verkacken. Ich weiß nicht, wo du grad bist. Naja, ist schon okay. Beeilung, Beeilung. Stimmt. Oh mein Gott. Nein, ich hab Angst. Ich erinnere mich. Oh Gott. Ich will da nicht hin. Doch. Haha. Beeil dich, Squall. Würdest du ihn nicht im Weg stehen? Ach so, ich muss ihn ja auch steuern. Ja. Ja, ich kratze hier so grad an meiner Nase und denke so, ach ja, die laufen schon alle los. Ahem. Hust. So, jetzt aber. Der Krieg wartet nicht. Ja genau, der Krieg. Ich erinnere mich jetzt. Oh nein. Warte mal. Ich bin aber zu neugierig. Red mit mir. Wo willst du hin? Ich will wieder nach Hause. Ne. Okay, ich darf nicht mehr gehen. Einsteigen. Einsteigen. Tempo. Ja, sie macht auch nur Druck. Ihr seid also der B-Trupp. Die Ausbilderin ist zu jung. Aha. Hinweis. Hinweis, ja. Hinweis Nummer eins. Die Ausbilderin ist zu jung. Ey, Typ, du bist voll der Spoilerer. Ja. Okay. So, ich geh rein. So ein Scheiß. Ich hab die bloß nicht alle angesprochen. Ist doch ganz cool. Ist doch ganz cool. Ja. Ihr seht, Lilly steuert das gerade nicht. Das Boot fährt nämlich ziemlich straight gerade und akkurat. Ich hoffe, das bleibt auch so. Hi, Quistis. Das hier ist der B-Trupp. Toll, motivierter B-Trupp. Hallo. Ja, natürlich, wie immer. Das wievielte Mal, Cypher? Ich mag halt Prüfungen. Das kommt echt hart, ey. Voll der Loser. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Okay. Setzt euch. Der Auftraggeber ist das Dollet-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Sits weitergeleitet. Dollet wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dollet die Innenstadt aufgegeben. Zur Zeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. Soviel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Dolletschen Restverbände. Wir werden am Luptan-Strand anlegen. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Wir, die Sits, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Irgendwie schielt sie ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Die Augen sind wirklich ein bisschen hässlich. Ja, ich achte da erstmal drauf. Und was müssen wir machen? Naja, so wie er ausseht, einfach rumchillen. Gut aussehen. Das kann dieses Team, glaube ich, sehr gut. Ja, gut aussehen, faul rumsitzen und dumm sein. Oder nervig, hübbelig, wie auch immer. Die Sitsanwärter sollen den Stadtbereich säubern. Säubern, oh Gott! Wie das klingt! Ja, du kriegst ein Wesen in der Hand und darfst ein bisschen putzen. Ja, echt! Das ist eine richtige Aufgabe. Dazu soll ich nur durchkämmen die Wüste. Insider. So. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Wo er recht hat, hat er recht. Ah, seufzt. Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber... Ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht! Ja, okay. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch ein Quizes, wenn ihr noch Fragen habt. Uh, was mache ich jetzt? Tja, was machen wir? Wir sprechen alle an, ne? Ja, fangen wir mal mit dem Dümmsten an. Beziehungsweise der Dümmsten... Mit dem Hübbelichsen. Wollen wir nicht ganz so fies zu sein. Sicher, dass du ihn ansprechen willst? Zu spät. Erster Einsatz! Aufregend! Mach ja nicht in die Hose! Hä? Ich hoffe schlecht! Voll die Ausdrücke in dem Spiel, ja? Ey. Okay, genug geredet. Wir sind gleich da. Macht euch bereit. Du hast gut mit ihm geredet. Verstanden. Verstanden. Ja, ja. Leckt mich doch alle am Arsch. Ja. So, Squall. Schau nach, was draußen abgeht. Nein. Doch. Er ist drüber. Ach so, das... Weiß nicht, ob das nochmal kommt jetzt? Okay. Geh jetzt raus, Squall. Alles klar, er muckt auf. Hm. Verstanden. Das ist übrigens wichtig. Ab jetzt, jede Handlung, die du jetzt ausführst, ist für deinen Ziedrang wichtig. Oh. Alles, was du tust, kann jetzt Bonuspunkte oder Abzugspunkte bringen. Dann war das wahrscheinlich schon Abzugspunkt, dass ich mich wieder setzt hab. Ja! Aber ich dachte, ich kann halt noch mit den anderen irgendwie reden, dass das nochmal kommt, was davor war. Da wusste ich auch nicht, dass du noch mit allen reden kannst. Egal. Dann hätte ich nicht zähl genommen. Nein, dann hätte ich wirklich nicht zähl genommen. Äh, ja Junge, nimm mal deine Füße weg. Achso, ich muss da hinten rausgucken. Nee, du musst dann wieder rausgucken. Ja, okay. Entschuldigung. Wusste ich nicht. Ah. Das ist ne schöne Sequenz jetzt. Oh ja, ich erinnere mich. Ah, Gänsehaut. Oh ja. Fall hier mit der Musik dazu. Die du leider nicht hörst. Ganz fischen quatschen. Entschuldigung. chi Reiger. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da sind wir Ah, schön Boah, ich kriege so ein Gänsehaut bei seinem Blick einfach Ja, das ist so ein Und was man hier auch sagen muss, was fantastisch ist Was man daran mal sieht Aus der Zwischensequenz, ohne Ladezeit, direkt ins Spiel Also das ist ja wirklich ein fließender Übergang gewesen Jetzt wo du das versagst Das ist für damalige Fällen echt krass Auch für heutige Ja, das stimmt auch wieder Wenn du guckst, was heute an Ladezeiten existiert Das stimmt Also hier herrscht auf jeden Fall der dicke, fette Krieg Und naja, gucken wir mal, wie wir jetzt hier zurechtkommen Der B-Trupp ist für den Magdplatz zuständig Okay, wissen wir Bescheid Vor allem im Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind Ganz wichtig Das ist ganz wichtig Ja, ich guck gleich mal Du musst koppeln Ja, ja Wir gehen Ich muss erst koppeln, Mom Nein, er geht Ja, dann geh mal So, jetzt kannst du koppeln Sehr schön Wichtig ist nämlich, dass Christus hat nämlich noch eine GF und Zauber, die du hier abnehmen musst Außerdem haben wir Sci-Fi ja Äh, hier ist Cell jetzt ja auch dabei Ach, Sci-Fi ja auch Ja, deswegen Gut, dann guck ich erst mal, wie ich ihr das hier abnehmen kann Einfach lösen wahrscheinlich, ne? Genau, alles lösen Alles lösen So, und dann, ähm, gehen wir mal auf Zauber Achso Auf Christus Alles Ach, das ist ja auch noch alles da Ähm, und dann sucht ihr einen aus Zum Beispiel Excel War das jetzt richtig so? Achso Ja, ja, wer soll die Zauber empfangen? Welchen Zauber überhaupt? Alle Ach, alle Ach ja, hä, hä Ja, natürlich Ich würde Excel nehmen Ähm, Cell, weil Cypher ist ein Arsch So Ja Und dann musst du noch den von, äh, von Dings auswählen Von Christus Äh? Achso Genau Ist ein bisschen umständlich gemacht Ja Ist umständlich Ich finde da schon noch rein Genau so Und jetzt kannst du Excel auch, ähm Jetzt kannst du, du hast ja drei GFs Du kannst ja jetzt jedem einen GF geben Das stimmt Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen Ich hatte auch wirklich immer den bei ihm damals Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist Den? Jetzt der Kottel bei, äh, Cell? Ja, ich kann das Wort nicht aussprechen Ja Okay Weiß ich nicht, die waren für mich immer ein Team Ich kann dir nicht sagen, warum Sie passen Es ist völlig okay Es gibt eigentlich keine wirklich Pflicht Oder irgendwelche super Sachen Ja Und dann jetzt entsprechend das übliche Ja, Stärke, mach Stärke Mach Ja, Stärke Okay Hat eh keine Wahl Ähm Dwarf ist auf jeden Fall ganz wichtig Ja So Ja, es gehen ja leider immer nur drei Genau Und dann geh mal zu Squall Ja Ähm, ähm So Genau Und nimm ihn mal Shiva ab Äh Ähm Koppeln GF So, war das Und dann schiebe ab Was? Ja Ach ja Ja, bei mir waren wir mit Shiva zusammen Naja, gut Ich gewöhn mich halt um Äh, gibt's, gibt's, ähm Cypher, äh, Shiva Okay Ah Jetzt ist ja nichts verändert Grund dafür ist, dass, ähm Es natürlich ganz gut ist, wenn er auch eine GF hat So, dass er zum Beispiel, ähm, drawen kann Zur Not Das stimmt Ne? Oder irgendwelche Failabilities einsetzen kann Ah Und, ähm Squall Ist halt Ich weiß nicht, ich hab Ifrid Ifrid ist halt dieses Stärkevieh, weißt du, was halt Stärke und Elementkopplung Was machst du denn da? Den gleichen Fehler zweimal Ey So, jetzt hab ich's aber Zehn Jahre später Ähm, gib mal Einen Kann ich eigentlich irgendwas machen? Gib mal, gib ihm mal Nicht geh Oder, ich überleg grad Irgendeiner wäre, glaub ich, ganz gut, wenn er mal Item hätte Er zum Beispiel Gib ihm mal Item Was soll ich dafür wegmachen? Anstelle von Zauber Okay Alles da Genau Ja, stimmt, macht schon Sinn Aber ich weiß gar nicht, hab ich überhaupt Items gesammelt bisher? Ähm So Tränke oder sowas? Kann man mal gucken, was du hast Aber ich hab ja wieder zur Not Genau Geh mal raus Item Ne, das war zu weit Oh, ich hab sechs Posten Und gerade die Phönix-Feder zum Beispiel sind sehr wichtig Oh ja, oh ja Für den Fall, dass das passieren sollte Oh ja, vier Stück Wieso ist das grau unterlegt, wenn ich fünf Stück hab? Weil du es jetzt nicht nutzen kannst Oh Das sind schade Du kannst das Zelt nur auf der Overmap nutzen Auf der Weltmap Achso, okay Und Zaubersplitter sind halt keine benutzbaren Items, sondern Umwandlungs-Items Ich weiß gar nicht Hier gibt's keine Items-Shops, oder? Wo ich das kaufen kann? Ich glaub, das kann man auch finden Doch, gibt's Nein, es gibt doch Shops, ja Echt? Ah, ich erinnere mich gar nicht daran Okay, gut So, ein paar Dinge Die wichtig sind, wenn du jetzt hier rumläufst Ähm Ja Für die Sachen, welche Faktoren dafür Einfluss geben Möchtest du wissen, welche Faktoren Einfluss geben sind für dein C3? Ja, doch Ich will schon ganz gut sein Also zum Beispiel, ähm Du musst aus deinem Truppenanführer hören Er ist der Anführer Du musst es seinem Willen beugen Ähm, dann Sprich mit niemandem Du bist hier als Soldat, nicht als Tratsch-Base Echt? Ich hätte alle angesprochen Du kannst das machen Es bringt halt Minuspunkte Und die sind nicht so wichtig Aber das, also Für auch, wenn ihr das macht Und ihr wollt Möglichst hohe Punktzahl Sprecht mit niemandem Du kannst es machen Es sind nette Gespräche Würde ich auch machen Einfach, weil du kannst später den Ziedrang auch anders noch hochkriegen Ähm Eine, zum Beispiel auch noch eine andere Sache Die du auch nicht machen wirst Für jeden getöteten Gegner hier Bekommst du Bonuspunkte Die Maximalpunktzahl bekommst du bei 100 getöteten Feinden Ja, nee, ist schon klar Ich hab sonst gar nichts zu tun Genau Deswegen wirst du diese Bonuspunkte zum Beispiel auch nicht bekommen Okay, mach ich Mit denen darf ich ja auch nicht reden, ne? Doch, du kannst mit allen reden Rede ruhig mit allen Das sind nette Dialoge Okay Keine Feinde zu sehen Ach, ist das nicht Selfie? Ja Ja, man merkt's an der Schriftart Für den Bereich sind wir, der A-Trupp, zuständig Ah Für Privatgespräche gibt's Minuspunkte Sprich mich also nicht an Ja, okay Aber jetzt hast du schon Minuspunkte bekommen Ja, Wayne Ja, deswegen ist es Ja, deswegen ist es Scheißziedrang Hauptsache wer es sieht Also, nur falls ihr mal die Maximum Also 100 Gegner Ist hier relativ Es ist halt langwierig Und es ist halt nicht gerade die spannendste Sache 100 Gegner zu besiegen Ja Aber, ähm Es geht Es ist machbar Es ist relativ einfach Es ist nur zeitintensiv Sprechen wir auf Aber du hast gesagt, das ist ganz gut, ne? Wenn man mal hier einen anderen nimmt Genau Das mach ich jetzt auch gern mal Das ist ja kein Problem Oh Oh Das kam jetzt unerwartet Die ersten Galbadia Ui Hab ich jetzt irgendwie noch gar nicht so mit gerechnet Sind das Verstärkungstruppen? So Ich würde ja gerne bei jedem diesen Mega-Dings-Angriff hinkriegen, aber Dann guck doch mal, ob du drawn kannst Warte Was die da so haben Vielleicht haben die schöne Sachen Ich würde zum Beispiel einen Vita ziehen lassen Einfach zur Sicherheit Ja, dann kriegst du Brawl, dass der hat ja eh wieder Und die anderen können ja angreifen So, ähm Was hat der Ist das überhaupt? Nee, Cypher Da weiß ich nicht, was der für Kombination hat zum Angreifen Cypher hat Also das Nee, nee Das sind nur Limit Breaks Limit Breaks bist du noch weit von entfernt Achso, okay Das sind ganz normale Angriffe Cypher hat aber auch eine Gunblade Das heißt, du kannst auch G drücken Achso Stimmt Ja, klar Hat er ja auch Genau Hast recht Die Limit Breaks sind Wenn Wenn sie schwer verwundet sind Die halten alle nichts aus Deswegen das meine ich Du kannst hier 100 Gegner ziehen Ist machbar Ja, glaub ich So Limit Breaks sind, wenn sie auf einem bestimmten Das war nichts Auf einem bestimmten Lebenspunkt Limit sind Also wenn sie nur noch ganz wenig Lebenspunkte haben Dann können sie sozusagen Achso Ihre Ja, ihre ganze Macht Mega Verzweiflungsattacke Genau Und die sind halt dann besonders stark Du kannst ja auch richtig leveln Wenn du mal siehst Zwei Gegner bringen 200 Ach ja Ähm Oh, das bräuchte ich noch nicht erklären Wie süß war das denn jetzt Es ist schrecklich Mir kommt Die ganze Zeit springen mir Sachen ins Gehirn Oh schon Ja, glaub ich Klar Ui Hier war level up Yay Nee, also von diesem Limit Breaks Sind wir zum Glück weit entfernt Uns geht's noch sehr gut So Achso, jetzt sind da wieder zwei, ne? Oder sind es die gleichen? Das sind die gleichen Die sind jetzt hochgelaufen Aber es ist anders alles Irgendwo müsste hier das Kabel Für das Dolit-Infonetz sein Aha Okay Das Sammeln der neuesten Infos Durch das Netz Uh Uh Das ist die neue Technik Die nach dem Funk kam Oh je Internet Ja Im Gegensatz zu euch, Betro Benutzen wir unsere Intelligenz Ach du Scheiße Ja, noch so ein Cypher-Verschnitt Oh, der ist noch schlimmer Ja Hilfseinsätze sind langweilig Sehr schön An der Front werden wir dafür zu Helden So sieht's aus Ja Da sind sie sich mal einig Daher hasse ich euch Typen Die alles durch Gewalt regeln wollen Geht zurück auf eure Posten Ist aber auch nicht unberechtigt ne Solche Leute Ich mein, das sind was Söldner Da sind ja doch Feinde Der A-Trop ist nur für Infos zuständig Also viel Glück Okay, das sind also die Nicht-Kämpfer Also ganz ehrlich Selfie würde auch nicht in Betro passen Das Häufchen Elend Sicher? Was kleines Häufchen Elend? Weiß nicht Jedenfalls wirkt sie manchmal wie ein Häufchen Elend Die nicht kämpfen kann Du kannst ja mal gucken, ob du hier reingehen kannst Halt Du kannst Aber Cypher haut grad ab Er wird wütend Ach, wait Lüge hinter rechts kannst du vielleicht reingehen Achso Da vielleicht Das sind ja Türen zum Beispiel Ne Ne Sind die Türen, okay Auch das bringt übrigens Minuspunkte Wenn du dich da rein Wenn du reingehen könntest Oh, das tut mir aber leid Oh Er sieht schon ungeduldig aus Ja Vergnügst du dich, Squaw? Auf jeden Oh Nett, das war doch klar Ein Hinterhalt Ja Echt unfair Ein Hinterhalt Die Speziale an er zieht Oh je Du kannst ja auch ihn ziehen lassen Weil er hat Magik gekoppelt Ähm Das sind doch noch Kinder Ja, aber so kann ich ein bisschen Vita Hornetree Du hast Vita eh nicht mehr gekoppelt Hä? Hab ich nicht? Ne Hast du ausgetauscht gegen Blitz Das hab ich nicht mitbekommen Ja Deswegen kannst du die Zell Drawnen lassen Okay, dann Ne Hä? Och, hier hab ich das ja ganz unten hin Ja super Was soll ich nehmen? Kannst du mich auch noch ändern Vita würde ich nehmen Persönlich Vita oder Blitz Hei 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 Ja, ja, ja Da musst du mir da öfter an Gehe denken Ja Jetzt ist es noch nicht so richtig Ich hab's gerade zweimal versucht Aber nicht geschafft Wir können ja jetzt nochmal Na klar Cypher ist schon Level 9 Ja Geh mal koppeln Also geh mal nicht aufs Koppeln Sondern Ach, guck mal wer da kommt Ähm, doch auf Koppeln Und dann auf Squall Und zwar koppel mal Das ist ja wirklich Blitz Ja Zauber Geh mal nach Element K Eins nach links Genau Und koppel da mal nicht Eis Sondern Blitz Genau Und dann gucken wir mal Dass du Vita da vorne hinkommst Auf Stärke Naja, weil da hab ich jetzt ja schon ein bisschen was Genau Und dann solltest du Blitz Ähm, noch ein bisschen Anziehen Damit er Blitz und Vita Dass er halt ein bisschen da Stärkere Okay Boni hat Mit den beiden kannst du nämlich auch noch reden Wenn du eh schon mit allen redest Ja, jetzt ist auch egal, ne? Ja Der Ziertrupp ist für den Bereich zuständig Um die Feinde Kümmern wir uns Ihr seht aus wie Kinder Lieber nicht Weil wir nicht zu stark sind Ihr dürft hier ebenfalls mitkämpfen Die Kinderstimme passt jetzt auch dazu Vor allen Dingen Ähm, die kümmern wir uns Lieber nicht Der kam jetzt eh gut Ja, wunderbar Wirklich So, willst du auch noch was sagen? Oh Gott Es ist schon so Einer ist wegen Bauchschmerzen Nach Hause gegangen Moooo Ja Mega Kindergarten Richtig Ähm, es ist nicht so Dass er hier was gegessen hat Oh Mann Ja, dann äh Verdämmt euch mal weiter den Magen Wir gehen da mal kämpfen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Jep Oh, guck mal hier Hier qualmt es schon aus der Straße Das ist ja auch Schlachtfeld Also es wird hier definitiv kein 100% run Das können wir euch mal sagen Ne, aber Naja Wayne Gleich sind wir am Marktplatz Ach, die Nautilus Da würde ich ja gern rein Hm In Store Siehst du? Stimmt Hey, ihr Hey Ihr Galbadianischen Feuglinge Oh Was versteckt ihr euch denn? Langweilt mich nicht Jetzt wird er langsam aufmüpfig Und weg ist er wieder Na klar Er kriegt doch nicht richtig Hm Das sagt er richtig Hm So, ich möchte da bitte rein Bitte, 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 bitte Nein Ich wollte den Store Schade Naja, später vielleicht Wenn der Krieg vorbei ist Im Store? Ja Den Summer Sale nutzen? Genau Ja, klar Kam mal hinter der Statue hervor Äh, weil das nicht wieder ein Hinterhalt ist Einer alleine? Oh Eins gegen drei ist echt unfair Kannst du ja einmal ziehen lassen Dann ist es noch nicht mein Hinterhalt Kannst du ja die beiden ziehen lassen und Oder so Ähm, ja So, und jetzt will ich das bitte mal hinkriegen Oh, ich glaube ich habe es geschafft Geil Ja, gut, ja Und direkt K.O. Siehst du, das macht deutlich mehr Schein Der macht sonst 60 bis 70 Jetzt hat er 90 gemacht Ja, manchmal kriege es hin Ja Es wird langsam Das habe ich früher auf jeden Fall auch gemacht mit G Doch, ich erinnere mich Hat auch relativ oft geschafft Hey, level ab Ich würde auch Cool Kann ich die eigentlich nochmal trainieren oder so? Hier züchten? Ähm, ja, aber bisher haben sie Ich glaube, hier sind noch Feinde Äh, ich glaube, hier sind noch Feinde Ähm, ja, könntest du aber Momentan sind sie noch dabei Ähm, die Kopplungen zu lernen Ach ja, stimmt, richtig Was ist das denn für ein räuliger Köter, oder? Dann geht mal die Umgebung checken Ach ja, jetzt habe ich erst recht Lust Mich irgendwie zu widersetzen, aber okay Nein, das ist dein Auftrag Guck mal ein Hund, wir können mit Hundi spielen Dann können wir nicht Was macht der Flö? Der setzt sich die ganze Zeit hin und kratzt sich Los, Bewegung Sucht den Feind Such, such, such Das ist doch kein Versteckspielen hier Und was macht er? Verzweifelt dann nur Und bleibt stehen oder was? Da stehen und Kopf sind Ja, komm her Oh, geil, die Umgebung Ja Doll hit Ach gut, ja, wieder nur einer Das ist ja echt süß Scheiße, ey, ich muss das bei dem irgendwie woanders hin machen Ähm, kannst du ja gleich mal umkoppeln Ja, das ist nicht gut, dass es ganz unten ist Feuer hat er zum Beispiel, genau Das hat er, ähm, gekoppelt Ach so, er hat Feuer Oh, dann sollte ich vielleicht Feuer ziehen Ja, ist nicht wichtig Und nicht Blitzping Also nicht Ja Zum einen gibt es den möglichen mit den Kartenwandern Ich glaube, das lernen wir dann wirklich Wow, der macht echt nur 59 dann Ja, ja Das ist echt krass Macht einen Unterschied, ne? Ja Ähm, zum einen können wir die Kartenwandler Quatsch, die Itemwandler ja mal nutzen Vielleicht ab und an Und, äh, ja, dann mal schauen Wie wir das machen Alles klar Aber jetzt kann man sich vorstellen Wenn du 100 Gegner betöten musst Sitzt du da in der Strichliste Oh ja, das, äh, ja Manche machen das bestimmt Ich mach das Oh Ich rieche den Feind nicht mehr Aha Okay, so Ich will mal eben Hinten bei Epiletide Ja Ich weiß gar nicht Äh, ne, so schon mal gar nicht Ach, mach ich erst nochmal weg Nein Du kannst doch einfach übernehmen Nein, du kannst über, überkleben sozusagen Egal Ich muss erst mal klarkommen Also du hast jetzt Draw ganz unten, ne? Ja Ne Das ist, doch Ah Aber ich hab das doch bei den anderen eigentlich auch mal nach der Reihenfolge gemacht Was haben die denn anders, was, was Der hat zum Beispiel Draw als erstes Wie auch immer das passiert ist Weil normalerweise bin ich immer nach der Reihenfolge nachgegangen Zauber, geämpft, doch Ja Oder, was du vielleicht auch machen kannst, ist, dass du den, ähm, den, dass du in der Config einstellst, dass sich der, ähm, merkt, welche Position du eingestellt hattest Das wäre praktisch Ähm GF hatte ich, glaub ich, dann unten, ne? Weiß ich es nicht? Ähm Ah, Hilfe Ich, nein Ich hab's nicht so damit Ja, Steuerung ist nicht so deins, ne? Ne, jedenfalls nicht bei diesem Spiel Gut, bei Mario war's das auch nicht So Wo können wir denn noch lang? Hier oben können wir, glaub ich, lang Ne, doch nicht Hey, hier endet unser Abschnitt Wir dürfen unseren Post nicht verlassen Wetten, es gibt jetzt Minuspunkte und dabei war's nicht mal Absicht Dann müssen wir zweifel wieder reden Es sind ja keine Feinde mehr da Äh, sehr leid Achso, ich dachte, ich kann hier unten lang Ne, doch nicht Tatsächlich Nur der eine Und er hat nichts getan hier Und steht nur rum Ja Los, rede mit mir Er ist Truppenführer Er macht's genau richtig Ja Hier, warten, bis mehr Feinde kommen So, so Warten Passe dieses Wort Wer tut das nicht, ne? Hier können wir dann bestimmt auch nicht zurück Ne, er verzweifelt schon wieder Entschuldigung Muss mit dem Hund reden, glaub ich Hey, Hund Oh, oh Jetzt kommt grad irgendein Geräusch Es hat begonnen Jetzt geht's los Oh, je Wir werden sie herzlich empfangen Oh, guck mal, der Hund Er schnüffelt an Cypher Hey, du Bastard Nein, nein, bitte Ey, wenn du ihn jetzt schlägst, ne? Dann komm ich ins Spiel persönlich rein Nein Verpiss dich Scheiße, wie komm ich jetzt ins Spiel rein? Oh, Mann Der Arme Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare Ja Hey, ihr galbadianischen Ersche Boah, jetzt rastet der Guck mal, er schneidet es zähl Jetzt kopfdurch Was soll denn das? Was trödelt ihr hier rum? Komm zu mir Macht mir Freude Oh Gott Er ist voll aufgepusht, der Typ Ja, ein bisschen, ne? Der ist sehr agro-lastig Definitiv Es kommt niemand Er ist voll ungeduldig Also Cypher Aber, aber Excel auch Ja, das stimmt Kannst dich bewegen und einen aussuchen, mit dem du redest Achso, tatsächlich Ja, dann den Hund Ganz klare Sache Den beachtet hier niemand Der guckt voll traurig Also Ey, komm, nehmen wir mal Cypher Wie lange müssen wir noch warten? Was hast du dazu zu sagen? So'n Scheiß Ja, aber es bricht da auch noch zusammen Er wird auf den Boden geschlagen Langsam wird's langweilig Er ist nämlich auch ziemlich nervös und aufgedreht Ja, würde ich mal vorschlagen Wir gehen einfach da hinten in die Pizzeria Und ziehen uns jetzt erstmal eine dicke Pizza rein Eine gute Idee Wenn keiner kommt, dann halt nicht Ja Ja, bin ich dafür Bin ich dabei Alles klar Da stimmt doch was nicht Hä? Okay, er sagt's irgendwie doppelt Da stimmt doch was nicht Tja, mystisch ist es ja schon Reicht jetzt! Es ist eine Geduldsprobe! Abgeh Seine Bewegung gerade dazu Ja, also wahrscheinlich findet der Krieg Wo ganz anders statt Hier so ein Stückchen entfernt Und In seinem Kopf auf jeden Fall Ja Da findet auf jeden Fall Krieg statt Der Hund haut ab Will er uns ein Zeichen geben? Ja, er will uns ein Zeichen geben Auf jeden Fall Auf jeden Fall Er brüllt die Gegner zu uns wahrscheinlich Danke Hund Dann geht die Langeweile wie ins Weg Oh je Oh, der war vor den Gegnern Man weiß es nicht Auf jeden Fall haben sie uns nicht gesehen Ja Das sind ein paar Das sind schon ein paar, ja Das wäre jetzt auch nicht so toll geworden Hey Der Feind Wo laufen die hin? Hm Gute Frage Nächste Frage Da ist Da ist doch etwas am Berggipfel Oh ja, ich erinnere mich Scheiße Ich will dich Ach Wir gehen dorthin Natürlich Was auch sonst Das ist gegen unsere Befehle Sagtest du nicht Dir wäre langweilig Oder nicht? Qual Ich füge mich dem Truppenführer Oha, jetzt geht's los, ey Krass Von wegen Truppenführer Du willst dich doch ebenfalls austoben Ich will sehen, was ich im Training mit dir gelernt habe Dank dir glaube ich, dass ich jeden hinterhältigen Feind besiegen kann Aha, okay Er ist überzeugter als ich gerade Ja, da Du solltest mir dankbar sein Jetzt übertreibt er aber wieder Wie denn? Was denn? Ihr versteht euch ja blendend Ihr seid ja aus dem selben Holz geschnitzt Total Auf jeden Fall, klar Irgendwie ist es aber schon ein bisschen, ne? Ja, manchmal schon Hört mal Das ist kein normaler Kampf Es ist eine Prüfung Für eigenmächtiges Handeln gibt's fette Minuspunkte Tja Dann bleib hier Wir brauchen keine Klugscheißer Was hast du gesagt? Jetzt macht er den Hund auch noch wütend Na, ist nicht so ernst, Cell Steifer Wenn wir gehen wollen Sollten wir das jetzt tun Der Feind ist in der Anlage am Berggipfel So, so Wir, der B-Trop Werden diese Anlage besetzen Abmarsch Verstanden Verstanden Darf ich mit dem weiblicher Charakter dazukommen? Ich nehme auch gerne den Hund in meine Gruppe mit auf Also, sehr gerne War in Final Fantasy 7 ja möglich Da hattest du ja diese Katze Das habe ich leider immer noch nicht ganz gespielt Ich glaube, den Anfang hatte ich davon gespielt Und Final Fantasy 9 hattest du ja diesen Affenjungen Da kenne ich gar nichts von Alles irgendwelche Wesen Bei mir geht es erst ab Final Fantasy 10 weiter Da überlege ich gerade Bin nichts ein Ähm, wenn du Pause machen möchtest, musst du noch ein bisschen laufen Du brauchst einen Speicherpunkt Scheiße, ich brauche einen Speicherpunkt Sonst hätte ich nämlich jetzt die Folge beendet Es kommt einer Ich weiß nicht, wo der nächste kommt Du musst noch ein bisschen laufen Ich Mach mal ein bisschen Überzug Und dann Bis zum nächsten Speicherpunkt Der ist, äh In dem Turm oben ist auf jeden Fall einer Na klar Und auf dieser Brücke Für die Leute, die Ähm Wirklich farmen wollen Auf dieser Brücke kann man super gut farmen Einfach links, rechts laufen Das kann ich mir vorstellen Und dann Dann zieht man sich da seine 100 Feinde zusammen Wer bin ich jetzt? Ja, man sieht halt schon, dass Cell mit seinen Hohen Magiewert sehr gut Es wird langsam Ja Das war nämlich genau mein Plan Es ging ausnahmsweise mal auf Ah, nichts Aber eine Eine AP Immerhin Sehr schön Ey, dieser riesige Mond da im Hintergrund Oder was das ist Bild, ne? Ja Ich mag das Auch wenn es übertrieben ist Das stimmt Oh, da liegt was Verletztes Das sieht voll aus wie so ein Alien Es ist die Es ist ein Dollet-Kämpfer Okay Ja, und hier Cypherin natürlich weiter Das darfst du mal Du bist Der ist garantiert weiblich Der ist definitiv weiblich Auf jeden Fall Was geht hier ab? Was wollen sie mit dem Sendeturm? Man weiß es nicht Definitiv ein weiblicher Soldat Ja, ja, auf jeden Fall Und hier steht auch Das ist offensichtlich Die sind alle weiblich Als ich klein war Hab ich oft im Sendeturm gespielt Ja, wo auch sonst Andere spielen im Sandkasten Ja Dieses Wesen spielt im Sendeturm Er war schon damals stillgelegt Oh, ich war unvorsichtig Ja, dann Viel Spaß beim Verrecken Ja Wir hätten Sovita-Zauber Aber nö Tja Wer seid ihr? Die sind jetzt alle weiblich So Ja, alle dolle Soldaten Auf jeden Fall Wir sind die Seed-Anwärter Aus dem Garten Du hast ja schon einen harten Job Mit drei männlichen Charakteren Wie sieht's am Berggipfel aus? Die Galbadia-Soldaten Sind in den Sendeturm eingedrungen Außerdem sollen dort Monster hausen Wenn ihr dorthin wollt Müsst ihr Waaah Oh, da kam auch grad So ein Monstergeräusch Ehh Ja, das Monster siehst du jetzt Ich will's gar nicht sehen Du spät Ehh, was ist das denn? Ehh, ich erinnere mich gar nicht an sowas Ihr weißt, ne XP kassiert Wer den Gegner fertig macht Echt? Das ist bestimmt wirklich so, ne? Ist wirklich so Ja, aber klar Wer den Todesstoß macht Kriegt am meisten Erfahrung Alles klar, Squall Ich streb mich an Okay, das ist aber Äh, zuerst da Dann holen wir uns mal ein bisschen Feuer Ja, und dann kannst du aber angreifen Der hält nämlich auch sowas aus Genau Das hab ich mir schon gedacht Ach Leute, so schnell kann ich hier nicht reagieren Boah, krass Und Ja Ja Ja, und So kann man das halt aber auch wirklich ganz gut machen Dass man wirklich mit einem zieht Und mit den anderen angreift Man kriegt zwar nicht so viele Zauber dann Aber Ja Ähm, dann geht's ein bisschen Gerade im Let's Play ein bisschen schneller Und man hat trotzdem ein paar Zauber Was ja dann doch auch nicht so schlecht ist Was ja dann möchte ich eigentlich umgebracht werden Ja Vita kann auch nicht schaden Wenn du ab und an nochmal ein bisschen Vita nebenbei ziehst Ach, stimmt Ja, klar Und bei dem funktioniert's dann Natürlich Gut, dass du nicht lange noch lebt Zum Beispiel könntest du dir jetzt auch überlegen Ob du mit Cell mal Cypher heilst Mit einem Vita Den du Zaubersteller Weil der hatte meint schon die Hälfte an Lebenspunkte verloren Allerdings kann man natürlich so auch mal gucken Was er für ein Limit Break hat Ja Das stimmt Ey, bei ihm kriegst du echt besser hin Ich weiß auch nicht warum Egal, dich lange lebt noch Alles klar Nein, nein, nein Mal hier So wollen auch nochmal heilen Kann nochmal nicht schaden Später Also es ist mal so eine Sehr zweischneidige Sache teilweise auch Weil die Limit Breaks Sind schon sehr, sehr mächtig Aber du gehst halt immer das Risiko ein Dass du deine Leute Auf einem sehr niedrigen Lebenspunktenniveau hast Das stimmt Ich glaube es sind 20% in der Regel so Irgendwas um die 20-25% Ist die Wahrscheinlichkeit Dass du einen Limit Break machen kannst Ziemlich hoch Ich krieg's echt nur bei Cypher hin Ich weiß nicht woran's liegt Uh, Schattennäbel Oh oh Und natürlich auch Cell Klar Der ist ja nicht schon halbtot Ja, dann solltest du ihn mal Ja, das werde ich jetzt auch tun Auf dich selbst Sehr schön Sehr gut Das hat auch richtig gut geheilt Ach man, das kann doch nicht sein Kriegst du es Das ist selbst Du kriegst nur bei Cypher hin Ich weiß echt nicht warum Und ähm Cell macht eh nicht so viel Schaden Dadurch, dass er halt Nur eine Magie-Kopplung hat Und er eh nicht so Der riesige Stärke-Charakter ist Achso, okay Jeder hat halt unterschiedlich Ich sag noch so ein bisschen Ein bisschen unterschiedlich gebaut Also Cell Ich würde ja gerne wissen Wie viel der noch hat Aber ich glaub Ich hab ja auch keinen Der Analyse kann Doch, ähm Xel hat einmal Analyse Natascha Aber nur einmal Ach, okay Ah, Limit Break Da konntest du einen Limit Break machen gerade Warum das denn? Ja Ähm, weil er Der hat doch noch Jaja, du musst doch mal gucken Wenn das nochmal kommt Und zwar Ich weiß ja nicht Welche Tassenkombination Ich machen muss Also ein Tor Genau, Angriff Warte, jetzt warte mal ganz kurz Drück mal R Ich weiß nicht, was R ist Nein, also Du darfst nicht so schnell sein Limit Break zeichnet sich dadurch aus Dass neben dem Angreifen-Zeichen Ein Pfeil nach rechts ist Dann musst du die Rechte Pfeiltaste drücken Und dann kommst Wechselst du in den Limit Break Okay Angriff Also du kannst dann immer noch auswählen Steht da denn auch, was ich drücken muss? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, wird erklärt Okay Du musst halt gucken Es ist halt Da, jetzt Siehst du? Ja, da hat auch gerade was geblinkt Ja, du musst dann aber Aber das war schon viel zu spät Als du es gesehen hast War ja ich schon viel weiter Okay, aber deswegen Du musst halt sehr schnell Du musst halt aufpassen Das ist Kann, weiß man natürlich Am Anfang noch nicht so gut Und sieht man relativ schlecht Aber dann musst du halt aufpassen Weil das sind Wichtige Später teilweise Wirklich sehr, sehr wichtige Angriffe dann Ja, als du es erklärt hast Dachte ich, dass dann auf dem Bildschirm So ein Pfeil aufploppt Und nicht da unten war angriff Das ist der Blink Beim Angriff Ich habe zu schnell gedrückt Und es ist zu spät gesehen Kein Ding, kein Ding Aber jetzt weiß ich, was du meinst Bis nächstes Mal Genau Vier Zaubersplitter Sehr schön Das war halt ein richtig harter Gegner Der hat auch vier AP gebracht Ja, auf jeden Fall Monster Das ist übel Wir haben eben mehr Spaß Kommt jetzt Was? Ich glaube, das wird eine Folge mit mega Überlänge Ein bisschen Aber es ist halt schwierig mit den Speicherpunkten Gerade in so Missionsbereichen Ja, das stimmt Na, was kommt jetzt Schönes? Achso, du sagst, du machst noch eine Doch, du Ich würde das machen Dann kannst du jetzt ja mal Pause drücken Ja, klar Mit einem Kampf P Nein Drück mal P Das Ach, man kann ja echt Pause machen Ja Nee, das war aber nicht P Das war A, glaube ich Ist egal Gut, jetzt macht er Help draus Aber sonst steht bei A, glaube ich, immer Pause dann Ja Ja, das ist ja gemein jetzt So, Leute Mr. Cutterfield ist daran schuld Ich kann nichts dafür Ich hätte den Kampf noch gemacht Aber er wollte das so Ja, Edge Aber 40 Minuten reichen auch Ja Oh, 40 Oh, da kannst du noch zwei Folgen draus machen Wird schon schön sein, das hochzuladen Mach zwei Folgen draus Ach nein, mal gucken Ich überlege es mir noch Mal schauen Na denn Ich hoffe, euch hat es gefallen Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Tschüss Ciao Ciao, ciao